Das erste Live-Spiel nach der Sommerpause. Der erste Titel der Saison. In der Porsche Arena Stuttgart tritt der Meister THW Kiel gegen den Pokalsieger SG Flensburg-Handewitt an. Das Nordderby zum Einstieg in die 50. Bundesliga-Saison. Besser geht's nicht. Der PIXUM Supercup 2015. Am 19. August ab 19.45 Uhr live auf SPORT.1.